Dreckstack. Ah, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Adam. Mit Popeye, den Seemann. Wir werden alle sterben! Ja, richtig. Schön, schön, wie wir alle reinreden. Ich spiel nur zu fünft. Benni spielt Lulu. Ich spiel Oberkommando Katharina. Ähm, Hügelwächter spielt Pantheon. Komm, wir spielen Trash. Und ich trinke jetzt erstmal Wodka. Wir werden alle sterben! Und Kai spielt Eddie. Ich glaub, der Tom Cams hat irgendwas falsch gemacht bei seinem Namen. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Was? Oh Gott. Ah-ru, 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 die können ja kein R aussprechen. Ja, aber fehlt da nicht noch ein R? Nein, Alu, achso doch, das muss weiter nach hinten, Alu-Kart. Obwohl nein, das schreibt man nicht am Ende mit R. Doch, Dracula, bist du eigentlich blöd? Alu-Kart ist Dracula rückwärts, das ist ja der Gag an der Sache. Ja, ich weiß. Nein, das ist Doktor Akula. Ja, aber ob der Name in dem Anime so geschrieben wäre. Das ist mir scheißegal. Der ist es ja auch weg, Donalds. Ja, ja, Manu hat recht. Alu-Kart. Alu-Kart wie Karte. Ja, vielleicht, Leute, vielleicht ist... Vielleicht heißt der aber auch einfach ganz normal... ...Aru-Kart. Willkommen an der Grafik! Ja, Mannel! Nein! You don't say! Grüße gehen raus an Arru-Kart! Hallo, Leute! Ja, ich bin schneller als Carla! Wir haben auf Carla! Oh Gott, ey, no! Frank ist schon wieder... Oh, er bewegt sich, alles gut! Das bin übrigens ich, Manu, danke! Ich weiß! Ich vertraue auf Bennys Engage! Ach, ey, ich hab was getrunken! Du hast Frank, Manni! Ich weiß! 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 Zwieback, ίback! Ich hasse! Alu-Kart! Ich will keinen Zwieback haben! Eil, Zwieback! Halt die Schnauze, Manuel! Jetzt muss ich einfach mal etwas tanzen! Kartan-Show-Einlage hier! Wer bleibt eigentlich das denn? Ich immer mal, Freiflug! Was? Beidei oder Säck! die hd haben möchte ziemlich hart in den gage team muss ich sagen ja wir haben angst davor wenn ich herkomme pass auf da kommt der schleim bolzen da kommt der sack der träge ich hoffe es war kein fehler dem pantheon zu geben natürlich bin der support warum stehe ich vorne und warum es wisst werdet ihr getroffen alles muss ich geh doch auch vor ich hab ein pop ja klar wir haben vier mal zusammen gemacht ich habe noch kein ulti er wird mich weiss nicht betont ich lege doch du bist du tot ja aber ich habe ganz ziemlich ausgespuckt habe ich noch gelebt ab oder körper auch hier das ist eine umgewöhnung Du bleibst du mal hier, Junge! Aua, lachet mir. Ach, dass jemand hat mich weggeboomst. Wie es mir auf den Sack geht. Dass er die einfach fressen kann. Damn, Kench ist auch so ein Arschkopf, Alter. Komm, ein bisschen unter den Tower, mein Freund. Na, hier ist Kuschelig, hier ist was. Ja, der Tower sagt, nö, ich greif dir nicht an. Der sagt, die Minions sind so hasty bacon, sag ich mal. Gibt's ja einfach mit den Dingen, mit den Schneebellen, die sterben da eigentlich noch von. Nächste auch getroffen. Blames, du kannst nicht follow-upen. Moment noch nicht. Ich kann mich nicht ranziehen, weil die nicht hinterherkommen. Ich kann dir mal einen Fix geben. Ist bestimmt. Junge, ich find auch der Damage von Time Kench, der ist so krass, ne. Das stimmt tatsächlich. Das ist wirklich schlimmer. Wenn er seine Ult hat, ist halt hässlich. Warum jeder ihn bannt. Weil er halt brutal turnkey wird und auch noch richtig depthisch. Richtig depthisch mal. Was halt einfach eine ultra-behinderte Combo ist. Die Kater machen in diese Windkanzler und binden sich ein schwerer Schild. Tests ist nicht gut. Fines ist es aber zu meines Kater. Ich kenne die Kater zu chiessen. Warum? Die spiele nie fair. Also ich kenne die Kater auf dem Kater. Jetzt muss man jetzt irgendwas herunterladen. Um ihn der Vorteil gegenüber anderen Spielern zu haben. Auf dem Kater ist, was vor einem Kater berufs. Gut, ich bin ich glaube, ich hättest. Das ist glaube ich gar nicht so einfach bei LoL. Und tschüss. Wegen Schienen. Schienen. So. Wir können halt gegen deren Konto recht wenig machen ohne Ulti schonmal gar nichts. Aber wenn wir Ulti haben, haben die natürlich Gegenzug, die haben die natürlich dann auch Ulti. Dann sind wir wieder am Arsch. Die können halt viel von uns einfach kontern. Boah. Dann guck mal, der Jarvan, der sagt, die könnte ich einfach hochwerfen. Die Poppy könnte ich einfach wegboxen. Der Time-Cash, der frisst sich halt zur Not. Ich hasste ihn, Alter. Was ist das schon wieder für ein Team von DNI? Das ist halt gerade echt... Ja, auf der anderen Seite, aber wenn Kai die kaputt tippert und dabei stunned, dann ist natürlich... Da kann ich natürlich gut in Grinnen. Wann hast du denn der Ulti? Äh, nicht jetzt. Wann? Ich bin noch Level 5, jetzt bin ich Level 6. Ui, bin ich geflogen. Ja, ich wurde gerade weggebrockt. Ich wollte gerade Ulti machen. Wenn ich Ulti mache, musst du Incepten reinsprengen, gell? Ich denke ja. Alter. Der Kerl, Mann. Ich hasse ihn. Sehr nice. Hallo, wo bist du? Jo. Ich bin da. Ich bin da. Ich muss einfach weiter sehen. 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 Wenni... Ich ist am Arsch. Ich habe die Ulti komplett durchziehen können, ne? Und nichtsdestotrotz... Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Weil wir sie nicht gehaben. Geht auf die Sektteile. Der Typ ist ja noch nicht tot. Oh, ja. Der wird bald vorwärts. ein hobby macht einfach nicht aua macht du doch er ist noch eins auf unserer seite übrigens ich denke ich bin die ade vor der ade das funktioniert ich könnte mir vorstellen dass tank also dass du mit einer war mox gut zu generieren gehst mit dem man deine ehren guckst ok aber auf stein drei hast du dingen nein nein scheint ja nicht zu interessieren ok dinge an person 2 für einen getauscht das war richtig dunkel mehr eigentlich da wäre locker mehr drin gewesen aber naja ich hole mir mal ein eisensolari es war ja erträglich irgendwie eisensolari oder bann auf command alter deine mutter ah eisensolari und er frisst ihn einfach weg ich hasse sie zu sparen ja nice reagiert benni аются denn naja erwartet man gar nicht gel alter was die immer mit dir reingehen können ne das ist halt ungesund ich sage dir haben krassen engage krass man krass man die box sind weg die ausgangssituation ist günstig für uns eigentlich aber nicht oder ja sicher sicher aber dann können die die ganzen minuten töten er tun durch um an oder der geistig wieder gestorben das ist jetzt doof und haben die viele haben die viel ad aber es ist ja weder viel ad noch viel ap sie haben halten die lades welchen und poppy machen halt ad mensch und z und zwar jeweils immer nur so in mäßigen mengen so dass man es gar nicht genau sagen können hat sein mikro welch ein bisschen weg vom mund wenn es weiter weg du deaktiviert ist das macht keinen sinn weil das wirklich ziemlich intensiv ist und weil das ist gerade los wo rennt das mädel denn hin da habe ich sie gar nicht empfohlen er geht schon wieder rum und ich bin gespannt oder was ja damit hat er nicht gerechnet geschwitzt weggeboxen laterne für den der sie braucht ich habe keine ulti ich habe keine ulti obwohl ich sie gar nicht verbraucht habe was der mensch gerade alles raus gemacht hat und tschüss wie gut wir den gerade gegeben haben ich habe kein bestes getan zwar ich war ein bisserl am arsch eigentlich also aber naja es hat geklappt die waren ja alle lower life also einfach tötung war es schon wert und ihr könnt wenn es gut läuft vielleicht auch zwei tower machen wobei na ich denke nicht ja der kenne ich kann halt mit full speed wieder vorne erscheinen so ich nehme nur noch einen verstärkten wälzer mit dem foliant mit aber ich bin kein warschaft 3 das ist ein wälzer kein foliant dann hab ich bei der sack einfach springen kann das ist dumm ja von den äh wie heißt es von diesen komischen vögeln bis zur mitte der mid lane so ungefähr was für vögel meinst du die ehemaligen geister oder was ja verdammt das hätten auch gar nicht da leiden sollen mittlerweile sind es die raptoren wenn ich die raptoren nein das sind vögel das meint er ja raptoren kannst du das nicht nennen ach gott was war denn eigentlich der grump nochmal davor der war doch ein größerer geist das war ein geist ja ein wicht stimmt wicht hieß das denn unhold unhold ich weiß gar nicht wie er hieß ne ich meine wicht oh ich glaub beides ach ne unhold hießen doch glaub ich der große geist im kleinen camp oder ach gott ich weiß es nicht ach dunkelklop weg lautenschicht bin weg ich bin tot niemals nein er ist trotzdem noch gestorben wie sie dafür noch kassiert haben dass sie mich lohnen wollen statt einfach poppy zu pixien durch die dobs der typ alter das ist einfach nicht der aber die den der der das ist Ich weiß nicht, wie haben wir denn erstmal schon gemacht. Richtig stark. Da ist die Janna. Warte? Die Leute, Incident haben sie es abgebrochen. Lass hätten sie es gerochen, ey. Vielleicht haben sie es gerochen. Beziehungsweise Predicted, wie das hier so schön heißt im Fachwagon. Fachwagon? Fachwagon. Fachwagon. Ich bin weggenockt worden. Ja, Pop, die wurde weggeklickt. Da ist ein Heel, Benny. Nein, nein, das sieht nur so aus. Das ist eine Illusion. Ich nehm es, ich nehm es, ich nehm es. Zack kommt reingesprungen. Für dich, Benny. Schaut er doch. Hä? Hä? Ja? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Eilige. Einfach mal Sensor anmachen hier. Ach so. Ich hätte nie gedacht, dass das so funktioniert. Guck mal, da ist er wieder. Der Junge hat ja gut Bock, Alter. Der hat gute Laune, der Sek, ey. Copy und Jawa stehen seit Tauern und regen sich volle Kanüle auf. Keine Mahner. Keine Mahner. Keine Mahner. Ich merke sowas. Guck gar kein Mahner. Lass mich sterben, bitte. Ja, dann mach doch. Lauf weiter, Kai. Ich werde nicht gefokust. Ich werde nicht gefokust. Nein, ich bin tot. Damit meinte ich, du solltest weiterlaufen zu den anderen Türen. Ich halte ihn von dir ab. Ich geh einfach auf Full Damage hier. Dann hol ich mir mal hinten das Ziel, gell. Ähm, hol mal glaub ich aber einen Lernstaub. Hol mal Lernstaub. Hopp. Ich hab keine Laterne für dich, Mann. Ich wünschte, die Mädchen würden nicht mal so wollen. Oder erst mal Zonia. Boah. Zonia sind Dinge... Weg mit euch! Lauf doch mal! Unfassbar, dass du gerade noch rauskommst. Ah, ja, das ist halt das Zercroft-Team. Ich hab null Mana. Dann kassieren sie doch voll. Nein, Kai, du hast neun 40, eine 50, 54, 56, 64. Wir können das jetzt aber halt überhaupt nicht helfen. Können wir auch nicht, eigentlich. Außer sie machen was brutal dummes. So was? Was ähnliches. Jetzt hättest du nur noch grappen müssen, dann wär das gut gewesen. Ja, der hätt jetzt sitzen müssen, ich weiß. Der hat Schiel geholt. Verdammt. Okay. Okay, mein Plan war eigentlich Eisensolar. Jetzt habt ihr mir damit wieder noch was reißen können. Wir werden gleich volle Hütte auf euch reingehen. Ja. Ja, das werden sie. So wie Poppy jetzt. Haltet euch von Wänden fern. Warum hast du nicht das Stunt, Kai? Eigentlich... Wenn's dann für meine Rute hier. Machen wir heute. Das hättest du aber schon früher machen müssen, dann. Danke. Einen Hinweis. Danke. Ja, hättest du reißen können vorhin. Ach. Jetzt verliebe Beiltower. Herzlichen Glückwunsch. Der hat sowieso verloren. Das glaub ich auch. Aber ich hab noch nen Kill bekommen. Beziehungsweise wir verlieren den gar nicht. Was laberst du? Dann geht rein. Wird weggekriegt. Hier und nochmal vom Tornado erwischt. Du mal einfach mal ran. Au! Genau in dem Moment, als ob... Wie riecht denn Scheiß? Der Arschkopf! Hallo! Alterschkopf! Boah, der Cutter eben riesig, Alter. Mach den fetten Wels kaputt! Höff ich glaub ich nicht. Ich hab dich gern gerettet, Domber. Nur leider nutzt du uns nicht mehr viel. Einer Domn aus der Javan. Man hol dir die Heels. Gute Idee. Wer ist denn von denen gefährlich? Alle? Ja, eigentlich alle. In gewissem Maße schon, ja. Kriegen wir den 2. Tower? Ja, ne? Der hat seine Ohl für mich verbraucht. War's wert. Naja, die killen gerade hier. Äh, 2 oder 1. Alter, Gesundheit. Ja, aber dafür, dass ich eigentlich kein Leben mehr hatte. Fucker. Oh mein Gott, Manu. Das war gerade assi verbuggt. Ich drück auf meine Tasten und nichts passiert. Tut mir leid. Schleinig dich selbst, Ben. Oh Gott. So. Noch ein bisschen mehr Lauf-Speed. So wie immer. Ah, da hab ich aber gerade alles verbrennen müssen für... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die halten halt viel, viel mehr aus als wir. Kai ist und Tevas. Ich bin tot. Nein. Schade. Wo ist Kai? Wo ist der Penta, Mann? Ich hab nichts ready. Die stirbt noch. Es tut mir mega leid, dass ich gerade dabei sein kann. Die sind viel zu tanky. Es ist echt nicht mehr schön. Du kannst dich nicht mehr plätten, das geht nicht. Doch, geht schon, aber nicht ohne meinen CC. Die haben viel zu viel CC und viel zu viel Leben. Die haben einfach so ein richtiges Bock-Team, Alter. Huren-Bock-Team, Alter. Huren-Bock-Team, Alter. Huren-Bock-Team, Alter. Das ist einfach, das haben einfach keinen Spaß gegen die. Das ist einfach nur Lane. Haben Kenches halt eh gelobt. Haben Kenches und Zack. Oh, ja. Die Spieler auch so Gems wie Glee haben viel lieber als so Cutter oder Master Yi. Die kann man einfach komplett zerlegen. Im A-RAM. Okay, ich kann auch so zerlegen. Ja, natürlich machen die Damage schon gut, aber das war es halt auch schon. Oh, die Sache. Huren mich aber echt dringend, das verstehe ich gar nicht. Das passiert mir sonst nie. So, wir müssen jetzt schauen, dass wir auf grün 2 kommen, ne? Der Tornado. Ich verarsche mich hier. Ich geh mit Tibas vor, die Bräune Tower. Lustig. Kriegen wir jetzt mal das Shield down. Auf Ärger aus. Geld. Oh, ja. Ja. Ich brauch den echt leeren Stab, so schnell es geht. Wobei ich auch so nix gegen die ausrichten kann, leider. Alter, der N-Gage ist so kapronomal. Das ist halt nicht auf wen ich gehen soll. Ja. Und alle ausrollen. Ich bin cool, der Duce ist das gegen die. Die sind alle relativ tank-tuned. Äh, Jenna ist Jenna. Die kommt man im Normalfall nicht hin an die Wilma an. Normalfall nicht. Ja, was macht Pantheon da? Ja, was macht Pantheon da? Und unser Pantheon ist gut. Alter, der ist ja schon auf live 100 gekommen. Also bisher hab ich noch nicht einen guten Play von dem irgendwie gesehen. Oh Gott. Die Gegner sind halt richtig, also was nennt der alles? Titanische, sterbliche Mahnung. Boah, nicht schlecht. Ja, die finischen jetzt eh, oder? Ja, locker. Ich kann nix machen als Cutter. Ja, ist so. Was soll ich da machen? Nein, lass noch. Ja, da hatten wir die zu simplen Champs leider. Also wie gesagt, die haben halt richtige Hardcores, die richtig abgehen. Gut fütet man. Ja, schade. Ist halt... Hatten wir keine guten Champs, also Champs schon, aber... Tja, late. Hab ich auf jeden Fall übertrieben. Und noch einer ausgetimt. Ist noch einer abgekackt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin. Tschüss. Buh. Bis zum nächsten Mal. Sollte es hier, der mit der Indisierung von Filter anden, D sciences sociales. Der mit dem達strad 학rest ist hier. Sie, sagen wir mal ganz perfバt,